Hallo, ich bin das Baumfretchen. Ich hänge am Baum. Nicht ganz, aber fast. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin das Fretchen und ich leite euch diese Aufnahmesession des Let's Plays ein. Aha, hallo, danke schön. Ja, ich bin zurück und ich habe das Realm Pack gekauft. Mit dem Schlachtross, das ich wollte, das Pferd. Das hatte ich schon in der vorigen Session. Jetzt habe ich es wieder. Ja, ich will die Hallo-Quest erledigen. Dann habe ich angeschrieben, ob sie mir helfen könnten. Ich suche gerade nach Weihnachtsbäumen. Hoffentlich ist das Hello wieder da. Jetzt müssen wir ihn wieder suchen, aber im Schlachtross geht es sowieso schneller. Der Weihnachtsbaum haben wir schon, oder? Nein. Gut, aber nur Gold. 303 Gold. Halo anführe. Okay. Ich warte da. Ich bin in der Region, um zu schauen, ob es hier noch Weihnachtsbäume gibt. Und essen nebenbei noch ein bisschen Brot. Soll ich nicht das machen? Mhm. 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 Wooh! Wooh! Komm schon, bitte! Komm schon, bitte! So. Mal schauen wo er ist. Ah da. So, hier habe ich eigentlich ihn zurück gesetzt. Hier die Namen anhalten. Hm. So. Und was warst du gerade noch? Aha, ist nur ein Leg. Ist aber langsam. So. 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 Komm, läuft er. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Okay. 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 Jetzt müssen wir Mauerprärie. Ah ja, ich habe so einen Stab bekommen von einem Ding, ich hätte ihn jetzt nicht einsetzen sollen, auf Level 60 hätten wir wahrscheinlich einsetzen sollen aus der Platinum Kiste, er ist nicht so gut geworden, aber trotzdem er macht viel Damage und ja, das reicht mir mal. Wir haben nur noch 40.000 Simmarine, wegen dem Ressourcen, äh, Ruin Pack. Keine Weihnachtsbäume. Keine Weihnachtsbäume. Keine Weihnachtsbäume. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier noch Wirkungen. Ah ja, ich will noch in den Shop schauen dann, was es für Sachen gibt. Also, die sich lohnen. Es gibt so ein Drop-Paket, aber die gehen nur eine Stunde. Ich weiss nicht, ob sich das lohnt, wenn das einer weiss. Also, wenn es wird für mich empfehlen, kann es gerne schreiben. Ähm, der Shop ist da. Bitte mal. So, wir klicken wieder auf Chat-Clan. So, Keletan. Aha, wir müssen nach dem. Die Maske sieht so komisch aus. So von hinten. So ein fetter Kopf. Ähm, die Schriftrolle mit Level 45 setze ich dann für den Jäger, äh, für den Ding an, wenn ich das tauschen kann. Ich schaue jetzt nachher, ob ich das tauschen kann. Und wenn ja. Sonst setzen wir ihn sofort an. Kann man Level 45 Karten tauschen unter Cars? Ja, ich schaue jetzt heute. Und dann, wo das mache ich's. Jetzt sind wir ja gerade beschäftigt. Wie kommt es so vor, als dieses Schlachtwasser ein bisschen schneller ist, als der Löwe da, wo wir hatten. Ah ja, ich, ich, ich überlege mich, wenn ich gut bin, wenn viele Dinge, den Tiger zu holen, den roten. Der ist nämlich 45 Euro wert. Ja, den Helion. Der wäre richtig geil. Aber das mache ich erst, wenn es sich richtig lohnt. Und viele zuschauen und viele auch mitmachen. Aber, das ist das Zweitbeste. Das reicht für den Anfang. Hier mit... Ah, das ist nicht mehr dabei. Ah doch, da, Kriegsrad. Kriegsrad. 15.000 ist das Zweitbeste. Oder? Schau gerade. Ja, das Zweitbeste. Zweitrittbeste, ja. Also mit das Zweitbeste. Ja, wir müssen hier irgendwo nach rechts. Ah, hier hoch. Nein, das ist ein Questgeber. Ah doch. Okay. Accountlager. Weil ich will jetzt schauen, ob man das hier irgendwie tauschen kann. Ähm, Rolle für Großmacht. Nur ins Flamm... äh. Okay. Ja, jetzt setze ich die ein. Weil... Es nützt sie sonst, wenn wir Level 46 sind. So. Wir sind Level 45. Level 45. So. Jetzt holen wir. Und das Zeug hier weg. So. Jetzt holen wir. Und das Zeug hier weg. Und das Zeug hier weg. Genau. So. Was geben wir aus? zuerst mal hier keine Hingabe, Mana Pool Mana Gemeinschaft Mana Pylon brauche ich auch ja, wäre gut, Mana Gesellschaft, Mana Pool Mana Pylon brauche ich noch nicht aber ehrgeizige Aufopferung Drachenblut war intelligence, genau hier machen wir alles Blitze herbeirufen ja, da brauchen wir noch nicht wenn wir Einzelgegner angreifen Mana Pylon Wirbelwind eisiger Wind Blitze hier bräuchten wir nix ja, okay so hier Vielen Dank.